Nun sind wir da in Sömerda. Sömerda ist ein kleiner Ort an der Unstroth. Hier soll nun unsere diesjährige Sommertour beginnen und das Boot ist schon gepackt. Sömerda ist eine kleine Kreisstadt in Thüringen, ca. 20 km nördlich von Erfurt gelegen, und zwar an der Unstroth. Das Städtchen hat ca. 20.000 Einwohner und eine historische Stadtbefestigung. Hier ein paar Bilder aus dem historischen Städtchen. Die Unstroth zweigt durch einen Mühlkanal ab, die die Dreiser Mühle mit Wasser versorgt. Die Aufnahmen von Sömerda sind nun ein paar Tage her und wir sind in Naumburg angekommen. In Naumburg, da fließt die Unstroth nämlich in die Saale rein und Saale Unstroth ist auch ein Weinanbaugebiet. Wasser oder Weih heißt ja unsere kleine Sendereihe und so ist also dieses Mal Wein aus dem Saale Unstrothgebiet angesagt. Doch schauen wir zuerst mal auf die ersten fünf Tage der Sommertour zurück. Der Kanu-Club Sömerda ist Ausgangspunkt. Das Boot wird zuerst durch den Wildwasserkanal des Vereins getreidelt und dann geht es ab in die Unstroth. Der Fluss ist nicht sehr wild. Dafür sorgen zahlreiche Wehre, die meist leicht umtragen werden können. Oder im weiteren Verlauf sind Schleusen gebaut, meist aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Diese sind erhalten und werden von einem Schleusenwerder bedient. Und das Schleusen ist für die Kanuden frei. Bei einer dieser Schleusen haben wir auch eine Nacht gezeltet. Das wird geduldet. Zum anderen sind an der Unstroth für Paddelwanderer fast an jedem Ort Ausstiege angelegt und auch viele einfache Biwakplätze. Dieses Steintor gehört zur Stadtkirche von Nebra. Im Heimatmuseum hätten wir die keltische Himmelsscheibe nicht bewundern können. Aber im Café des Ortes gab es welche aus Kuchenteig und Marzipan. Inzwischen ist das Unstruttal wieder etwas enger geworden und zu linker Hand steigen Kalkfelsen auf mit Weinbergen. Dort wachsen die Saale Unstruttwein. Freiburg ist das Zentrum des dortigen Weinanbaus und wir statten dem Städtchen einen kurzen Besuch ab. Musik Nein, das ist nicht die Unstruttwein. Die liegt nämlich an der Mündung der Unstrutt in die Saale vor Anker und wartet auf Schiffsgäste. Hier nochmals alles von oben. Die Unstrutt kommt hier von Norden und mündet in die Saale, links von West kommend. Musik Ja und dann zum Wohle auf die Weiterfahrt, zur Weiterfahrt auf der Saale. Musik 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 Vielen Dank.